Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen React hier auf Peetsmeet TV. Wie ihr seht, heute mit dem Jonathan und dem Bram und mir dem Peter. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und heute schauen wir uns an. Ey, Peter. Watch and be... Warte denn? Bist du sauer? Nein, spiel mir nicht diesen komischen Sound wieder ab, der ist weird. Bram hat einen komischen neuen Sound auf seinem GoXLR. Das ist nicht so lustig wie der Song, sondern irgendein komischer, weirder Dude. Und, äh, aber das passt ganz gut, weil wir gucken uns jetzt an, wie man Gesichter in Dingen sehen kann und das heißt Pareidolia und da steht Bram richtig hart drauf. Das ist mega gut. Ich erkenne auch nix. Ich seh auch kein Gesicht. Keine Gesichter. Okay, ich seh auch keine Gesichter. Ja, ich erkenne auch Groot, ganz klar. What? Wait, 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 wait. It took me a couple double takes before I realized what I was actually seeing. Oh mein Gott, ja, nein, das ist einer mit einem Headset auf. Oh, lol. Jo, stimmt. Junge, halt die Qualität, ey. Alter, ich dachte, vielleicht ist das ein Hund, der mich anguckt. Ja, ohne Scheiß, der gerade am PC zockt und die kommt letztens Leute flamend. Die ist eine Katze. Katze im Tee. Ja, ist gut erkennbar. Ja, easy. Oh, ne, 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 Faultier. Oh, hier ist einer Faultier, ja. Faultier heißen die genau, ja, okay. Oh, das ist ja voll süß, ey, das ist ja voll entspannt, so ein Video. Das ist der Hut von Harry Potter. Das ist der Rucksack von Michael Kors. Der sagt dir, ob du ne Pitch bist oder nicht. Oh, das ist ja mega cool. So ein Kaktus möchte ich auch haben. Geil. Dann geht der kaputt, weil ich den nie gieße, selbst bei mir. Der Trockenkaktus. Moskau-Mule. Ach ja, Limonade meine ich natürlich. Loy, Mr. Tee. I pity the fool. Alter, yo, das ist ja mega krass. Alter. Okay, das ist ein bisschen weird, ehrlicherweise. Ich kenne jemanden, der auch solche Knie hat. Also, das wünscht man ja niemandem, würde ich sagen, ne. Weil das sieht halt echt so aus, als würden da gerade von innen Babys versuchen, aus diesem Knie rauszugraben. So richtig eklig. Ich frage mich, wer dieses Foto gemacht hat in der U-Bahn, ob das nicht irgendwie creepy ist, wenn er da so... Lass mir kurz ein Foto davon machen. Von deinen Babygesichtern da auf den Knien. Da freut man sich. Boah, schon weird. Twinsies. Hm, hier fährt. Sehr gefährliche Tiere, immer wieder sagen. Immer wieder. Vor allem in U-Bahn. Ja. Wait, what? Hier kennen wir gar nichts. Nein, noch nicht gelesen. Ach so, das sind einfach alte Tablets. Weißt du, früher hatten die noch keinen Strom. Und die sehen halt aus wie Frühstückstereien. Yo, ich dachte wirklich, dass das Frühstückstereien sind. Ja, dachte ich nämlich auch am Anfang. Wach. Nice. Nice. Ja, hält sie jetzt. Oh. Tja, sieht aber ganz schön traurig aus. Ja, oder? Scheiß. Richtig traurig. Das ist Montag wahrscheinlich. Alter, da krieg ich ja Schiss, ey. Da wird direkt ein Wegen bei ihm beichtet. Okay. Okay, das ist so ein Teufelsgesicht, oder? Was soll man hier sehen? Ja, würde ich auch sehen. Ja, okay. Ich erkenne da Länder. Ja, ich erkenne da auch ein Land, aber ich weiß nicht, welches. Okay, das sieht gut aus. Geil. Wait, das ist ein Potato? Loil. Loil, ich dachte erst, das wäre voll vergammelt. Nicht mehr essen. Ja. War auch mein erster Gedanke. Weißt du, auch einfach schon fossil, die Kartoffel. Ja. Loil, er smoked sich ein. Okay, das habe ich selbst nicht gesehen. Also, wenn ich da runtergestanden hätte, dann hätte ich... Okay, das ist cool. Okay, da... Was? Das sind halt Tintenfische. Also, das habe ich sofort als... Äh, nicht Tintenfische. Hier, wie heißen die? Mit den acht Armen. Oktoberfus? Tintenfisch, das kann man schon so nennen. Genau, Oktoberfus-Dinger. So heißen die. Ah, ist Squidward nicht auch der eine Typ aus dieser Zeichentrick-Sendung mit dem Schwamm? Was? Nee, der heißt das nicht. Ich glaube eher, das sieht aus wie so Außerirdische, weil die halt so komischen Hinterkopf haben. Okay. So einen Sack. Ah, Diskussionspotenzial, dieses Toast. Alter. Okay, dann ist... Alter, alles wird doch sind da, ist das gut. Genau, jedes Jahr im Frühjahr. Nein, das... Warte, seht's. Achso, weil die dann die Dinge zerstören. Okay. Upstep, bro, I'm stuck. Das ist ja mega gut, einfach. Peter, woher weißt denn du das? Ja, was hast du für Konten? Das sag ich nur so. Okay. Das ist doch ein Fisch, oder? Das ist ein Fisch, oder? Nein, da ist ein Ast! Das ist ein gefrorener Fisch. Aber das ist ein Ast. Jo, das ist echt crazy. Auch der Kommentar da drunter. Wow. Leute. Jo. Aber sowas von... Jo. Ja. Hey, Bruder, hör mal zu, ja. Hier, woher, geh, geh, geh. Kannst du gerne ins Scheiß kaufen. Leute. Leute, mit Mittelfinger, Alter. Absolut Fräger, halt. Hä? Was? Wait. Charles Manson, if they squint their eyes. Auf dem Bild, auf dem gedruckten. Weiß ich nicht, Digga. Weiß ich nicht, Digga. Okay. Okay. Oh, eine Tänzerin. Oh, geil. Das ist ein Ticken vor mir, irgendwie. Ich bin ein Ticken vor dir? Ja. Ja, das ist gut. I'm so sorry. Okay. Das ist gut. Wow. Das ist... Wow. Hä? Ja, Länderumfüllen. Achso. Ja, nee. Ja, nee. Nee, das ist Bulgarien. Ja, ich war... Ja, genau. Das war nämlich was anderes. Nee, nicht Umgang, Peter. Ja, nee. Vergiss das nicht. Du hast doch nichts sagen. Er schläft. Nice. Ja, das zählt. Das Discount, ey. Was ist das denn? Der weint halt. So, guckt nach links und heult. Ach, ja, jetzt erklärte ich's. Okay, alles klar. Dankeschön für die Hilfe. Oh mein Gott. Ja, nee, Alter. Ja? Ja? Das hat eine, eine Snail, eine Schnecke gemacht. Oh nice, der Uhu. Der Uhu. Ja, okay. Okay, dann musst du zweimal angucken für den T-Rex. Nice. Lord, das ist so ein Morps, finde ich. Ja, der hat dann so... Ja, genau, wie meinst du so einstrichst. Ja, genau, wie meinst du so einstrichst. Lord. Okay, das ist echt so ein... Y, aber... Moment, Moment, Moment. Also, die Steckdose sieht nicht mehr so wie... Oh mein Gott. Das sind sechs Toad-Gesichter von Super Mario. Ja, weine Hölle. Ja, dem geht's gut. Hä? What? Moment. Moment. Ach so, das ist von einem Ameisenbären die Schnauze, die da rausguckt. Ah. Ah, es soll aus wie eine Schildkröte. Ja, wie so ein Schildkrötenkopf. Nee. Weiß ich auch nicht jetzt gerade so. Nicht so wirklich. Ja, okay, ob das jetzt... Oh Gott, mein Gott. Oh Gott, ja. Wo dein Gesicht ist... Nee, echt. Ne... Der ist doch nicht echt, oder? Ja, weiß ich auch nicht. Der sieht ja auch echt nicht echt aus. Vor allen Dingen, wie soll man ein Foto aus der Perspektive gemacht haben? Von einem anderen Satelliten. Von einem ISS mit großem Zoom. Moment, Moment, Moment. Ja, stimmt, jetzt, ey. Und der guckt da so raus und dann so... Ja, stimmt. Okay. Okay, das ist ja fucking weird. Alter, wenn du da wohnst, dann hab ich immer dieser Tower-Held rein. Das ist cool. Bisschen schön. Hahaha, das ist gut. Goll. What? Moment, das ist doch... Das ist aber keine optische Illusion, sondern das ist wirklich so, oder? Nee, das ist gemacht. Ja. Oh Gott! E.T.? Ja, aber wirklich. Der so ein bisschen guckt so... Nee. Ja. Ah. Das ist Jesus, Leute. Hehehe. Moment, Moment, Moment. Hahaha. Okay, das find ich gut. Hahaha. Das ist cool. Aber da seh ich kein Gesicht. Ja, da waren ja schon viele Sachen bei. Oh, Alter, das sieht mega gut aus. Ein riesiger Pilz, Alter. Witzig. Das ist Spinne. Ich will nicht pausieren, ich sehe aber das Gesicht nicht. Okay. Ja, ein bisschen aus wie der Glöckner von Notre Dame, ne? Hahaha. Eine Biene. Was? Eine Biene, die du dich anguckst. Okay. Okay. Oh, nice, Alter. Alter Gott, kommt rum. Holy shit. Erinnere dich. Ah, ja, wieder Länder. Ist das denn nach Mexiko? Ja. Ja, nicht. Nice. Büffel. War das ja wirklich eins, zwei? What the fuck? Pff. Was ist das denn? Das ist ein Toast. Das sind aus wie Gegner bei Resident Evil. Die haben nämlich auch immer so Augen, wo du rein... Ja, stimmt. Die so orangenen Dinger, die da abschießen, muss. Alter, die ist auch nicht mehr fit. Ich bin auch schon wieder... Mh... Mh... Das ist... Das ist ja... Äh... Woldemord. Mr. Professor Scribble, oder wie der heißt. Nee, aber das ist der Hinterkopf von dem. Ja, stimmt. Genau, wo Woldemord bei dem hinten drin ist. Das habe ich auch direkt gedacht. Ah, 10 von 10. Alles gut. Die eine Noki, ey. Am engsten hast du die Nokos? Okay. Loll, der fuck. Loll, der fuck. Moment, was ist denn das? Das ist eine Katze mit einer Orangenschale. Okay. Loll, das ist Schnee. What the fuck? Alter, ich dachte, das wäre ein Handtuch. Okay. Nein, das ist ein Fisch. Was ist das denn? Ja, da geht es um das Loch oben links. Nein, nein, nein. Oh mein Gott, jetzt. Äh, das habe ich... Nee. Das sieht gut aus. Ja. Schockblock sehe ich. Das ist gut. Das denkt sich mein Klo auch immer. Oh, danach die Duftkerze, die ich daneben stelle. Oh, eine Katze. Ja. Miau. Oh, das ist ja mega gut. Ey, wie solche Sachen passieren. Oh, der sieht unzufrieden aus irgendwie. Loll. Oh mein Gott. Das sieht gut aus. Ja, ohne Scheiß, Alter. Schnell weiter. Das ist Toss. Das ist fucking weird. Das ist richtig. Das ist wirklich so. Ihr sterbt jetzt. What the fuck am I looking? Hättest du das Eier? Ja, ich glaube schon. Muss ja. Ja. Sieht auch nicht wieder so gesund aus. Der nach links hält, ja. Oh, der erinnert mich an Strauß. Ja, genau. Perspektive ist da auch immer wichtig. Nice. Wow. Die war eine gute Laune direkt. Die war eine gute Laune direkt. Ja. Ja. Nennen sie die Spacemänner von... Hahaha. Hahaha. Das ist ja gut. Loll. Das ist Alien. Ja, aber da steht halt ein fetter Hintern, ne? Ja, das ist ein Fehler. Damit du das gesehen hast. Nein. Ja, stopp. Guck mal, die Couch. Die stresst sich richtig. Ja, richtig. Ja, Hilfe. Die fassen mich ja nach. Ich kann auch in allem Gesichter sehen. Oh ja. Immer wieder in den Himmel guckt. So richtig so scheiße. Da kommt man. Ja, wir sind halt tot. Was ist das denn? Ja, du kannst bei Scenic Funfair. Ja, okay. Der Schatten ist so ein bisschen... Ja. Anzug Oberteil mit dem Mann an der Zunge. Da muss man ein bisschen die Augen zumachen für, ne? Okay, ein kleiner Hund neben zwei Croissants. Okay. Ja. Ja. Das ist mir zu wild. Loll. Sit. Ja. Hahaha. Das ist das. Richtig dicker Booty. Oh Gott, ist das hell. Okay. Ja. War gut. War lustig. War wirklich lustig. Nicht gut. Hab viel erkannt. Hat Spaß gemacht. Habt ihr auch viel erkannt, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer? Ja? War das unterhaltsam und lustig für euch? Ich hoffe doch. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin. Haut rein. Tschüss. Tschüss.